Hallo, heute ein weiteres Unboxing Video, ein Paket von der CluckingHan Creative Brewing. Die Christine Thiesenbach, die Braummeisterin, hat mir da ein Paketchen geschickt. Schauen wir mal rein, was so drin ist. Ah, erstmal ein kleines Booklet zu den Bieren und dann ein ganz toller Holzbieruntersetzer. Und dann schauen wir mal, was wir schön verpackt hier finden. Ah, ein Barrel, Dark Bourbon Sour. Schöne Papierverzierte Flasche. Dann haben wir das Hefeweizen, Sauvon Blanc. Haben wir gestern auch von der Schneider, eins mit diesem Hopfen. Mit dem Halatoire Blanc wahrscheinlich. Der soll ja nach Weintraube schmecken. Dann haben wir ein Brown Ale, Young Aden. Malziges Bier. Richtig gut verpackt. Das Ray Pale Ale. Kalt gehopftes Pale Ale. Bin ich auch mal gespannt drauf. Und dann haben wir noch eins, glaube ich. Das ist einmal das Lager. Lupolo Ulium. Ne, Lilium. Erfrischendes Lager. Sorgt für enorme Frühlingsgefühle. Dann bin ich mal gespannt. Ich glaube, das war es schon. Vielen Dank, liebe Christine Tiefenbach, für dieses Paket. Wir sind sehr gespannt und freuen uns auf den Test.